AJ AJ So Hallöchen liebe Freunde willkommen zurück zu Cryophil Mann ich hab fucking Angst und bist ihr was ich hab natürlich das Spiel ausgemacht, hab die Folge gerendert und hab die hochgeladen und was richtig cool ist ich musste das ganze Spiel normal spielen, weil ich nicht gespeichert hab. Geil. Geil. Ich freu mich tierisch. Jetzt kann ich auch wieder meinen Kopf herauen und nicht aufsetzen. Hab ich mich jetzt noch mal erschrocken? Fand ich geil. Sogar an die gleichen Stellen. Echt toll. Look up here what of many. Look to the right. Haben wir schon. Gut. Okay. So. Geht hier. Oh. Hier kann ich speichern. Oh. Ich hätte bloß noch durchgehen müssen. Hätte ich speichern können. Schön. Toll. Das ist ja schön. Gut zu wissen. So. Ein bisschen. Nein. Ich kann jetzt machen. Irgendwas ist hier. What? What the fuck? Um. Oh. Äh. 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 Ich. Wie? Ah. IH. Stimmt. 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 Ooh. Ne Were you? Who was he? I got a call please. Das ist ja immer richtig räudig. Wie die auf einen zulaufen. Gott. Da haben wir ihn erstmal gekehlt. Und hier geht es weiter runter. Ein Siren. Ah ok, damit kriegen wir unser Leben wieder. Oh, jetzt haben wir Blut am Messer. Wir nehmen das jetzt mal so. Hallo? Ah, von hier kamen wir bestimmt. Ok. Ich glaube, ich speichere jetzt nochmal. Easy. Easy. Saving Progress. Safe. Dankeschön. So. Gut, dann sind wir nämlich auf der sicheren Seite. Uns kann nichts mehr passieren. Will ich da runter? Warum muss man eigentlich nicht mehr runter? So. Äh. Oh Gott, ich krieg so Gänsehaut, ne? Hallo? Ah, ah, lecker, 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 lecker. Da, lecker, lecker. Chil, lecker. Wuh. Komm ran. Au. Da. Au. Okay. Lassen wir lieber doch das Messer so rum, dann können wir schneller zuschlagen und irgendwie macht es genau so viel Schaden. Boah, Alter, wieso seht ihr denn so ekelhaft aus? Ich kriege ja gar nicht, klar. Ah, aber der Gage. Oh, kommt auch von da. Ich krieg mal an, wie der aussieht. Der hat irgendein Paarungstanz oder sowas. Hallo? Oh, oh Gott. Hattens. Nein, das ist mir echt. Nein. Oh, Gott. Okay, ist okay, ich schreibe mich nicht an, du hast mich noch getroffen. Ist okay. Hey, da kommt irgendwas hinter uns her. Ich hasse. Oh, 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 oh. Alter, ich hasse sowas, dass irgendwas hinter uns herkommt. Ich weiß nicht was. Da ist irgendwas hinter uns hergelaufen. Oh, Gott. Oh, Mann. Wieso, Kami, hab ich die Idee, dass du das spielst? Die haben gespeichert, das ist gut. Ich bin mir wieder ein bisschen sicherer. So, will ich jetzt? Ne, wir behalten das noch. Oh, ich will, ich warte lieber damit ab. Oh, nice. Ah. Ah. Okay. Oh, ich rege so fucking Gänsehaut mal an den Viechern. Okay. Okay. Easy going. Ich hab gar keine Angst, ich hab gar keine Angst. Gar nicht. Ein bisschen. Oh Gott, ist schon wieder eins. Wieso sind das denn so viele? Ich muss mich daran erinnern, dass es so viele waren immer. Boah, easy, Mann. Wie ich die fertig mach, Alter. Geil. Okay. Hier ist nichts. 2, 3, 1, 2. Oh. Gottes Willen. Oh. Ich bin doch im Arsch. Ich bin erschrocken, Mann. Okay. Jetzt müssen wir das aber nehmen. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder full live. Geil. Ah. Guck mal, ich mach nur einen Schritt. Das ist geil, ist das sonst gewesen. Da das Bus, weil das so verpackt ist. Gehen die in Schritten. Die sind nicht so schön. Kommt da jetzt irgendwas oder haben wir nur was aufgemacht? Egal. Egal was kommt, wir kriegen es. Wie man es tot. Oh Gott, Alter. Ich hab so fucking Gänsehaut. Es sind gerade mal 5 Minuten bei dem Spiel vergangen und ich hab schon wieder mich 5000 erschrocken. Mal draußen. Draußen ist angenehmer. Oh. Schön. Oh Gott. Ist das denn ernst? Let me please help. They are coming. I'm inside the apartments. Harry. Ich will nicht in... Warum soll ich denn helfen? Kannst du nicht mir helfen? Warum muss man immer den Helden spielen? Außer bei Outlast oder sowas, da bist du mal der, der sich versteckt. Okay. Muss man hier so Jump'n'Run mäßig. Es gibt übrigens bei Cryo 4 auch einen Koop-Modus. Das hat dann aber nichts mit der Story zu tun. Ist dann so ein bisschen was anderes. Ist aber dann auch schon ganz lustig. Das ist ein bisschen Angst, ne? Hallo? Kann ich hier hoch? Ne. Soll ich denn jetzt lang? Soll ich jetzt... Ich glaub nicht, dass ich da drauf balancieren soll. Ich glaub, dass ich da hochgehen soll mit der Leiter. Was geht irgendwie nicht? Soll ich jetzt auf dem Ding da balancieren? Ne, kann ich gar nicht. Ja. Und jetzt? Soll er mit der Leiter hochrunden? Soll er mit der Leiter hochrunden? Soll er mit der Leiter hochrunden? Darf ich vielleicht nichts in der Hand haben? Oh, muss ich ja. So. Hast du das jetzt mal verarschen? Ach, hier ist auf einmal. Sehr schön. So. Jetzt ist doch schon viel besser. Komm rein. Also so eigentlich hab ich ja gar keine Lust da rein zu gehen, ne? Ich mach's natürlich trotzdem. Das ist ja ausnahmsweise mal recht. Das sieht hier nicht gut aus. Und ich will gar nicht weitergehen. Ich würd sagen, das war's mit dem Let's Play. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir berechnen das hier ab. Nein, Quatsch. Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist das denn? Oh, Gott. Wer soll die Scheiße denn lesen können? The door went back. Oh, Gott. Oh, Gott. Warum macht ihr denn so einen ekligen Viecher? Warum denn immer was Chilliges? Oder Teddybären? Oder Teletubby? Oder sowas? Warum denn immer so was? Mann. Was muss das denn sein? Findet ihr das gut? Gefällt euch das? Ich bin froh, wenn ich leide. Oh, Scheiße. Ach, Scheiße. Lass mich duschen. Ich will baden. Lass mich duschen. Ich will baden. Wenn die 2015. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da raus will. Oh. Sieh mal, einer kommt. Hallo? Oh, super. Da kommen komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob ich da hoch will. Anscheinend ja. Die Tür geht natürlich nicht auf. No? Oh, Gott. Ich bin auf die Sachgeschoss. Ich bin hier weg. Aber hier ist eine Syringe. Yay. Eine Syringe. Die wollten wir die ganze Zeit haben. Ja, wir können mal wohl hier nicht rein. Dann müssen wir den Typen da einfach im vierten Stock sterben lassen. Tut's mir leid. Komm mir nirgends wo rein, mein Freund. Im zweiten Stock. Da komme ich raus und rein. Ich weiß nicht, ob ich das will. Hallo? Mann. Oh, nein. Ich habe wirklich was getan. Verpiss dich, verpiss dich. Okay, komm her. Ah. Halt. Zack. Schirr. Easy. Bitch, du kannst nix. Warum seid ihr eigentlich so hässlich? Kann ich mich so runter... Ich muss mich mal angucken. Du bist total hässlich, Alter. Ja. Aber es sind wenigstens mal Monster, vor denen man Angst hat. Ja? Guck dir bei Silent Hill oder so an Silent Hill. Aua. Jetzt nicht der neue Teil, der bald rauskommt. Ähm, Silent Hill ist so, die erste bis vierte Teil. Das war immer... Du kannst das Vieh... Du hast... Vor den Geräuschen hast du mehr Angst gehabt, als vor dem Monster. Wenn der Monster einmal gesehen ist, sagst du dir... Was ist das denn? Kannst du gar nicht zuordnen. Ist die Tür jetzt nur da so angelehnt, oder? Ich mag das übrigens nicht, wenn kein... Die Scheiße tue ich mir nicht an, ne? Äh... Was war das? Was war das? Äh... Das... Those little kitties are so cute. They look so... Lovely. I just want to touch them. Was ist das von links? Okay. I just want to touch them, but then those parents come. That's why I have to kill them. What? Wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um, weil wir sagen, bevor wir da in die... An das andere... An den anderen Raum reingehen. Ich will ja wissen, dass... Ne? Dass ich hier... Wie sieht es hier aus? What the f... Okay. Äh... Eine Collection von ermordeten Kindern. Dann... Dann... Sollten wir wieder... Ich will hier sein... Oh! Die Tür ging auf. Ah! Gott! Nein! Ich will gar nicht hier sein! Ich fahr nicht! Da! Was ist denn das? Ist das ein Einhorn oder was? Use a key item open your inventory. Was für ein Key? Habe ich da jetzt irgendwas liegen gelassen da drin? Das kann ja passieren im Eifer des Gefechts. Was ist denn hier noch? Ach guck mal an. Ja. Gut. Da habe ich natürlich gar nicht hingeguckt. Gut. Haben wir es auch geregelt. Ähm. Gehen wir raus. Gut. Wir haben jetzt einen Schlüssel. The door is locked. Und jetzt ist er bestimmt aufgeschlossen. Yay. Ich freu mich. Hallo. Ist hier jemand? Nein. Nein. Ich denke mal. Jetzt erschrecke ich mich nicht, weil ich es schon gehört habe. Aber dann sehe ich das und denke mal so. Oh, das ist so lustig. Mann ey. So ne Scheiße. Warum? Warum lasse ich David so was nicht spielen? Warum sage ich nicht David? Pass auf. Ich habe dir ein Spiel rausgesucht. Kannste spielen. Macht dir bestimmt Spaß. Weil David bestimmt nach den ersten 5 Minuten das Spiel ausmacht. Sagt. Nee. Das spiele ich nicht weiter. Oder der wirklich das Let's Play abbricht. Oh. Gott ist weh. Was stehst du denn auf? Ich habe dich gar nicht gesehen. Da. Da. Komm her hier. Hier kann ich dich besser fighten. Ach. Weiß was. Das war so gar kein Problem. Au. Au. Was ist echt manchmal unfair. Ok. Warte auf. Jetzt müssten wir ja 2 von den Dingern haben. Oder? Eins will ich mir davon geben. Easy. Überset der Rungen abhängige Junkie hier. Geil. Frühstück. So. Ich will ja hier nichts übersehen. Warlake. Es sah jetzt nicht so aus als wenn wir irgendwas anklicken könnten. Weil es leuchtet ja immer so komisch. Schuhe. Ja. Schuhe. Mhm. Gut. Oh Gott. Da ist mir so ein Viech. Iiii. 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 Na. 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 Nicht. Mit mir. Heidigosch. Heidigin. Oh. Noch so ein Ding. Ok. Das ist nice. Das ist gut. Ähm. Ah. Da ist was durch die Wand gekommen. Hallo? Wo machst du nur die Wand kaputt? Da jemand? Das ist gut kein. Oh Leute. Da hängt eine Pistole runter. Ich will ja durch. Ich will die Pistole haben. Hä? Lass mich doch da durch. Komm ich da jetzt nicht durch? Mich verarschen? Bin ich grad zu blöd oder? Oh lol. Jetzt komm ich durch. Da passt das Ding nochmal an. Aber nice. Wir haben die Waffe. Und? Was ist das? Hast du da noch? Balki. Nice. Oh geil. Wir haben sogar Munition für die Waffe. Oh da ist noch mehr Munition. Easy. Ich weiß nicht, ob ich mich so wohl fühle, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Dass wir auch eine Waffe hier brauchen. Eine Pistole. Egal. Wird schon gehen. Müsst du mir jetzt noch Hallo sagen? High five, Digga. High five. High five. High five. Komm. You unlocked the lock. You unlocked the lock. Easy. Es ist dunkel. Kann man hier irgendwie Lichter machen noch? Oder muss ich dafür echt immer auf meine... Ich muss jetzt erstmal... Klapp. Das mache ich mir jetzt auf zwei. Und das Handy mache ich mir auf drei. So ist das schön. Nein. So. Nein. Das wollte ich gar nicht. So. Morgen. Äh. Äh. Achja. Wir müssen ja bedenke ich mal die Treppen wieder hoch jetzt. Weil jetzt haben wir ja so einen Schlüssel. Wir können aufzufahren. Nee. Jetzt haben wir so einen Schlüssel. Jetzt können wir nach oben. Hallo? Ist jetzt hier jemand? Man muss ja immer damit rechnen. So. Immer erneutig. Immer erneutig. Hallo? Gebe ich jetzt hier rein? Auch nicht. So. Gebe ich jetzt hier rein? Auch nicht. Ah. Ich glaube ich weiß wieder wo ich hin muss. Ich glaube ich weiß wieder. Ich glaube. Ich glaube ja. Da bin ich nämlich beim ersten Mal. Also wo ich es einmal durchgespielt hatte. Ähm. Habe ich nämlich gedacht. Das ist da. Geräusche ne. Dass das da hinten eine Ausgangstür ist. Das ist gar keine Ausgangstür. Das ist glaube ich eine zu so einem Treppenhaus. Kann das? Auch hier aber. Ja. Man braucht immer zwei Treppenhäuser. Ist wichtig. Die Sicherheit ne. Ah. K. Me. H. Me. H. Uh. Ah Gott. Ah. Scheiße. Das hat mir getan. Okay. Wir haben die wohl nicht so gut getroffen. Aber sind nicht so schlimm. Wo gehen wir denn hin? Ich denke mal nach oben. Sollten wir erstmal gehen ne. Schöne Geräusche auf jeden Fall. Now I say must to kill those kiddies. I stuck the elevator in the hall. So only the. Wer soll denn die Scheiße da lesen? So personal. Can access it. By a secret. Ah. Just have to take. Ah. Gott. Jetzt hab ich schon wieder geschossen. Aus Versehen. Ja. Dass man da nicht rein darf. Ist ja wohl mehr als. Ja. Kann man nicht verstehen. Moin. Wenn. Wird. Ist ja rein. You unlock the door. The lock. The lock. The lock. Entschuldigung. The lock. Gut. Ich weiß auch nicht ob das so gut ist. Warum sag ich immer gut. Oh Gott. Ich bin irgendwo reingegangen. Mann bin ich bescheuert. Wollte ich gar nicht rein. Lass mal hier rein gehen. Lass mal hier fühle ich mich sicher. Ich mach mir jetzt erstmal was zu essen. Nein. Okay. Mama. Es ist auch. Ein Witz. Was mach ich hier überhaupt. Hier scheint aber nicht zu sein. Geh wieder raus. Geh wieder raus. Hier ist nichts. Alles gut. Oh. Das freu ich schon immer. Oh. Ich hab so Gänsehaut die ganze Zeit. Mann. Scheiße. Speicherpunkt. Easy. Hier ist. Gut liebe Freunde. Haben wir wieder ein bisschen was geschafft. Ich würde sagen das war es wieder für heute. Und ähm. Wir sehen uns dann. Ähm. Nächster Part wieder. Sorry wenn es jetzt ein bisschen zu kurz geworden ist. Aber ich hab jetzt hier noch ein bisschen was zu tun. Ich hoffe ihr ähm. Entschuldige ich das. Ich hoffe das ist gar nicht so kurz wie ich jetzt denke. Weil. Du musst ja noch den ganzen. Ich hab das ja noch aufgenommen. Wie ich den ganzen. Der ganze Scheiß normal gespielt hab und so. Aber jetzt haben wir ja gespeichert. Deswegen muss ich es beim nächsten Part nicht machen. Aber ich wollte einfach noch ein Part heute noch aufnehmen. Deswegen ist es jetzt. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und äh. Ja. Bis denn. Tschüüü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.